Paula Hartmann, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr hier bei der letzten Runde mit. Einfach Regel, so wie einst der Gläser leer ist, ist das Interview vorbei. Also du hast es auch komplett in der eigenen Hand und kannst sagen, wenn die erste Frage scheiße ist, mach ich leer. Dann mach leer. Und ich habe ja schon geklärt, ich darf auch meinen Joker ziehen. Du darfst auch deinen Joker ziehen. Wer ist dein Joker? Mein Joker ist Friso, mein Bruder, DJ, bester Freund, Cousin, aber keine Ahnung. Sein Pferd, muss man dazu sagen, du bist hier Huckepack reingekommen. Richtig. Ist es schon so weit mit 20, dass du Huckepack getragen bist? Total, mein Knie. Paula, du beschreibst deine Musik als modernes Märchen in der Stadt. Das fand ich sehr interessant, weil Märchen haben für mich dann doch eigentlich immer ein Happy End. Bei deinen Songs ist es ja oft nicht so. Es klingt nicht so ganz so glücklich am Ende. Aber vielleicht ist die Geschichte ja auch noch nicht zu Ende erzählt. Ne, ich würde gar nicht sagen, dass Märchen prinzipiell immer ein Happy End haben. Steht das nicht in der Definition von einem Märchen sogar so drin, dass es so sein muss? Ich dachte das immer. Aber ich meine, wenn es ein modernes Märchen ist, vielleicht kann man das dann anderweitig interpretieren. Ich ändere das jetzt. Ab jetzt haben die Geschichten kein Happy End mehr. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wenn das die Definition von Märchen ist, dann muss ich die Geschichte natürlich noch mit einem Happy End zu Ende erzählen. Aber das Album war ja hoffentlich nicht das Letzte, was ich rausgebracht habe. Das glaube ich auch nicht. Also zumindest nicht, wenn man so überlegt, wer alles bei dir Schlange steht oder wer alles dich supportet und dir Props gibt. Materia, Casper, Haftbefehl. Was ist das für ein Gefühl? Ich trinke schon mal ein bisschen. Um lockerer zu werden. Nee, aber sonst werde ich hier gar nicht fertig. Nina hat mich schon gewarnt. Sie meinte, sie hat immer vergessen. Stimmt, Nina hat am Ende nicht ausgetrunken. Es ist voll krass. Also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das jetzt alles schon so verarbeitet habe. Weil auch gefühlt so viel passiert jetzt nicht nur von wer einen supportet, einfach auch generell alles, was ich so an Eindrücken gerade super konzentriert aufnehme. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so realisiert habe, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Ehre. Vor allem teilweise Künstler, also sowieso eigentlich alles Künstler, die ich respektiere, aber teilweise auch Künstler, von denen ich großer Fan bin. Das war schon super krass. Ein Haftbefehl hatte ich glaube ich im Auto getaggt, oder? Der hatte sich im Auto gehört oder so. Das fand ich auch krass. Das war auch echt krass. Irgendwie innerhalb von drei Tagen, er hat erst das Video gepostet, dann wie er dazu im Auto singt. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, das kann, das ist toll, mich gerade. Das Haftbefehl im Auto hinten sitzt und Truman Showboot mitsingt. Gib mir was gegen die Angst und ich glaube kurz daran. Ein Wodka-Lang, wo fällt dir die Liebe hin? Und dann noch in einem Podcast erwähnt, es kam so alles auf einmal, ja. Du magst auch gerne so emotionale Musik, wie du schon vorhin erzählt hast. Paula Hartmann aktuell, mein Favorite. Paula Hartmann mit Truman Showboot heißt das so. Truman Showboot? Truman Showboot. Mein Truman Showboot fährt an eine Wand. Kennst du Truman Show, den Film? Natürlich. Da fährt doch der Boot am Ende an die Wand. Das war ja der zweite, den ich rausgebracht habe. Das war auf jeden Fall super surreal. Das mit dem Songs-Empfehlen, das fand ich ganz lustig. Das habe ich in einem Interview gesehen, wo du warst, wo du auch ein bisschen gebraucht hast, bis du den Song hattest und gefragt hast, ob du auf dem Handy nachschauen konntest und da habe ich mich endlich mal nicht so alleine gefühlt, weil diese Frage so, auf was fährst du gerade ab oder was feierst du gerade? So, ja das, was in meiner Playlist drin ist. Ja, manchmal, vor allem, man möchte da nichts Falsches sagen, das finde ich sowieso bei Interviews oft. So angespannte Situationen und dann fällt einem irgendwie nicht das ein, was man hätte gerne sagen wollen. Deswegen wollte ich da noch mal eine kurze Absicherung auf dem Handy machen, gucken, dass ich auch niemand Wichtigen vergessen habe. Und ich hätte MF Doom vergessen, deswegen war gut, dass ich noch mal geguckt habe. Wie kommst du zu so Künstlern wie MF Doom zum Beispiel? Auf MF Doom kam ich durch einen sehr guten Freund, mit dem ich so super viel Musik hin und her geschickt habe, vor einem Jahr. Und ja, einfach würde ich sagen generell viel durch Freunde. Früher auch viel noch durch Spotify, einfach selber rumgesuche. Aber ja, und manchmal random Plattenkäufe. Aber nicht mehr so oft. MF Doom zum Beispiel ist ja jemand, der für mich gefühlt dann erst richtig bekannt wurde, als er jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Und es war auch nicht eigentlich, wahrscheinlich die Musik, die du gehört hast, als du Anfang der 2000er als MF Doom sein ganzes Zeug gemacht hast, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich höre den jetzt seit einem Jahr, anderthalb. Also ich habe ihn auf jeden Fall erst nach seinem Tod kennengelernt. Aber die Person, von der ich ihn habe, hört ihn auf jeden Fall seit 2000ern. Also auf jeden Fall zu dem Album, auf dem Akkordeon drauf ist. Das ist ja generell irgendwie so eine, kann man sagen, Affinität so in die Vergangenheit, Richtung 90er, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Weil, also zum Beispiel deine Plattencover erinnert mich immer sehr, sehr stark an die Kassetten, die auch meine Schwester gehört hat. Aber mit den Kassetten bin ich auch aufgewachsen. Da bist du noch aufgewachsen, aber mit Kassetten tatsächlich. Ja, ich hatte früher auch noch Kassetten. Und das ist mir erst aufgefallen, ich habe mir letztes Jahr ein Tape Deck gekauft und angefangen, mir selber Kassetten zu bespielen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie dumm ich mit Kassetten geworden bin. Ich fühle mich, wie wahrscheinlich meine Großeltern sich mit ihrem iPad gefühlt haben. Ja, nur andersrum. Ja, weil früher war ich so gut mit Kassetten. Ich habe auch früher so selber Märchen gesprochen auf Kassetten bei meiner Oma, wenn mir langweilig war und so. Aber ich musste da wieder so reinfinden. Ja, richtig verrückt. Ich habe generell so viel aus meiner Kindheit, glaube ich, vergessen. Ja, das passiert ja immer wieder. Aber was für Märchen hast du da angesprochen? Also selber geschrieben. Ich habe so viel bei meiner Oma früher geschrieben. Da war auch nichts. Gib uns was. Sag uns ein Märchen. Hast du noch irgendeins Parat, was du geschrieben hast? Ne, ich habe neulich, als ich mein Tape Deck geholt habe, habe ich eine Kassette noch in so einem alten, wie nennt man das wohl, so Kassette und CD-Boombox oder? Ja, so ein Kassetten. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieser alte Lautsprecher. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie man das dachte. Und da war noch eine Kassette drin und da habe ich so eine Märchen gefunden, was ich geschrieben habe. Aber es ist wirklich so schlecht und so peinlich. Ich würde da jetzt nicht in Details gehen. Aber es war trotzdem sweet, vor allem seine eigene Stimme zu hören. Mit ich weiß, wie echter war sieben oder so. Das war ganz lustig. Wer war die Hauptfigur in dem Märchen? Ich glaube, dass ich mir damals vorgestellt habe, dass das eine andere Version von mir wäre. Eine andere Version von dir? Ja, also ich habe nicht in der Ich-Perspektive geschrieben, aber schon von einem jungen Mädchen geschrieben. Das ist ja eigentlich so, wie du es jetzt in deiner Musik auch machst, oder? Ich habe quasi einfach da weiter gemacht, wo ich mit sieben auch gehört habe. Und 13 Jahre übersprungen sozusagen. Und dann noch ein bisschen Musik drunter gelegt mit Bistram. Das ist dein einziger Producer? Ja. Ist das geil für dich, dass es nur einer ist oder fehlt dir da was am Ende? Ich habe vorher, als ich noch ein bisschen englische Musik gemacht habe, auch so sessionbasiert gearbeitet. Und ich bin aber ein richtig harter People Pleaser. Sensationelles Wort habe ich noch nie gehört. Echt? Nee, People Pleaser habe ich noch nie gehört. Aber es ist natürlich klar, was du meinst. Damit kann ich mich auf jeden Fall super doll identifizieren. Und das ist aber, glaube ich, voll schwierig in Sessions. Weil du manchmal nicht die Weitsicht hast zu gucken, was du jetzt eigentlich für dein Projekt möchtest, sondern einfach möchtest, dass jetzt alle glücklich sind und das eine nette Session ist und so. Und ich habe da auch überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber mit Bistram habe ich einfach so eine gestörte Beziehung. Wir sind irgendwie auf einem ganz anderen Level und vor allem weiß ich, also ich habe nie Druck mit ihm. Also klar, manchmal haben wir Abgaben für bestimmte Songs oder sowas und dann haben wir aber beide Zusammendruck. Aber ansonsten kann ich einfach, wenn ich heute mich leer geschrieben habe, nach Hause gehen und dann ist gut. Und es kann auch sein, dass es drei Monate nicht weitergeht. Und das ist irgendwie eine ganz andere, befreite Art zu arbeiten. Und vor allem habe ich von vielen technischen Dingen keine Ahnung, aber von dem, was wir beide ästhetisch fühlen, sprechen wir eine ähnliche Sprache, ohne dass ich die Fachbegriffe kenne. Und deswegen, ja, ich bin unendlich dankbar, dass es ihn gibt und dass ich mit ihm arbeiten kann. Also seid einfach komplett auf einer Wellenlänge, was das angeht und fühlt da den gleichen Vibe. Und deswegen fühlst du dich bei ihm einfach super, super aufgehoben und wohl sozusagen, ja. Du hast, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast deinen Bachelor jetzt fertig, oder? Vor ein paar Wochen oder so hast du geschrieben, noch acht Tage bis zur Bachelor-Arbeitsabgabe oder so? Genau, also die Arbeit habe ich abgegeben. Jetzt habe ich noch Schwerpunktprüfungen und dann muss ich eigentlich nochmal ins Ausland. Aber sobald das fertig ist... Man muss dazu sagen, du studierst Jura. Ja. Das ist... Da hast du jetzt deinen Bachelor oder deine Bachelorarbeit geschrieben. Was treibt dich zur Jura? Ist es irgendwie so das Gerechtigkeitsempfinden oder die Kohle, die man damit verdient? Gar keins von beiden. Ich... Nein, ich möchte natürlich das alles gerecht... Also ich glaube, ich habe ein inneres Gerechtigkeitsgefühl, was stark ist. Aber das hätte mich niemals zu einem Studium gebracht. Ich wollte einfach irgendwie nach der Schule irgendwas machen und dann haben die mich angenommen und dann fand ich irgendwie die Gedanken an Hamburg ganz schön und irgendwie Beschäftigung. Und ja, ich glaube, ich habe so eine Tendenz, wenn ich nichts mache, zu so nicht so schönen Gedanken und es ist für meinen Kopf irgendwie netter, was zu machen und sich dann dagegen zu wehren und zu sagen, ich gehe jetzt nicht in die Uni. Ja. Und ich glaube auch, dass ich nicht Musik machen würde, hätte ich nicht am Anfang an einer Uni studiert, wo ich alles am Anfang schlimm fand. Ich mochte die Leute nicht. Ich mochte das Fach nicht. Ich fand den Ort schrecklich. Das ist mittlerweile anders. Das sind alles wirklich liebe Menschen. Aber halt, dass ich am Anfang dieses Gefühl hatte von, ich muss hier raus. Ich glaube, dass aus diesem Gefühl auch überhaupt erst der Raum entstanden ist, dass ich Musik gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob das passiert wäre, hätte ich einfach nichts zu tun gehabt oder ob ich dann einfach nicht den Sinn gesehen hätte, für mich Musik zu machen. Zu dem Zeitpunkt hast du nur Gedichte geschrieben noch oder hattest du da schon die ersten englischen Cracks? Ich glaube, da habe ich schon keine Gedichte mehr geschrieben und aber auch noch nicht englisch. Okay, das heißt, es war wirklich, dass quasi dieser Pain, sag ich mal, dieses Studiengangs und alles, was er mit sich bringt. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe elf Semester erfolglos Germanistik studiert und war eigentlich nie in der Uni so, weil ich alles gehasst habe. Aber hat dich das auch angetrieben? Es hat mich dazu angetrieben, dass ich nur im Radio war die ganze Zeit. So immer nur hier, Praktikum, Praktikum da oder halt so nur Blödsinn gemacht. Ich war bei so einem Studentenradiosender und wir haben nur Unsinn gemacht den ganzen Tag. Wir sind halt morgens rein und sind abends wieder raus und dann in die WG und dann überlegt, was machen wir morgen für ein Quatsch. So und jetzt sitze ich halt hier und wir interviewen uns. Geil, dass Studiengänge für was gut sein können außerhalb des Studiengangs. Unerwartet einfach. Also daran glaube ich total und man nimmt ja immer was mit. Und ich muss sogar sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir Jura Spaß macht und es ist auch schwierig zu sagen, dass es mir Spaß macht, weil ich wirklich noch nie mehr als eine Nacht für eine Klausur gelernt habe und das bei Jura richtig painful ist und auch glaube ich echt anstrengendes Herz. Ja, aber kannst du das so schnell merken? Jura ist ja kein einfacher Studiengang. Ich hatte oft super doll Glück auch, dass genau das rankam, worauf ich auf Lücke gelernt habe. Weil ich dann oft reingegangen bin so mit der Einstellung und wenn ich jetzt null Punkte schreibe, so okay, ich habe die ganzen drei Monate gerade gearbeitet und hatte nicht Zeit, so ist es okay. Und dann gucke ich mir halt nur diese eine Sache an und dann habe ich oft das Glück gehabt, dass genau diese Sache rankam und dass ich auch ein paar Schutzengel in meinem Jahrgang hatte, die oft gesagt haben, also er meinte in der Vorlesung vielleicht das. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, du warst gar nicht in der Uni, wo der Professor dann gesagt hat, was rankommt. Ich war nie da. Ach, du bist tatsächlich gar nicht hingegangen? Wenn du jetzt aber Schauspieler, Musik machst, Jura haben wir jetzt ja schon quasi ein bisschen abgehakt, wie glaubst du ist deine Zukunft? Machst du beides weiter? Wird sich das irgendwann in eine Richtung entwickeln? Ich weiß es noch gar nicht. Also ich glaube, ich sehe mich aktuell nicht so richtig weiter Jura studieren. Ich möchte das jetzt einfach fertig haben. Und dann gucke ich, wohin mich der Wind weht. Man kann es ja auch gerade bei Musik und Schauspiel auch nicht so richtig planen. Das nicht, aber wenn man halt so überlegt, wer dich quasi supportet oder wer dich als super Künstlerin sieht und so, dann ist ja natürlich der Weg nicht so steinig, oder? Aber ich glaube auch, das ist nie eine Garantie. Ich hatte auf jeden Fall bis jetzt keinen super steinigen Weg und hatte total viel. Ich habe super viele Gründe, dankbar zu sein, von wie Musik angelaufen ist. Aber all das ist, glaube ich, nie eine richtige Garantie. Deswegen mal schauen. Ich mache es so lange ich darf. Ich habe einen YouTube-Kommentar gesehen, da hat einer drunter geschrieben, wie viel Schmerz muss diese Frau in sich haben, um solche Texte zu schreiben? Ich lese eigentlich fast alle Kommentare, den habe ich nicht gelesen. Der ist aber drunter. Also ich glaube es, aber witzig. Und wie viel Schmerz ist in dir? Oder ist es eher so, dass du sagst... Kommt drauf an, wann du fragst. Jetzt gerade geht's. Gut, wir sind noch auf dem Festivalgelände. Das heißt nix. Du hast ein Glas Wein bei dir. Ja, erzähl. Ja, ich glaube, ich will das so stehen lassen. Ist voll okay. Absolut in Ordnung. Wir müssen da auch nicht tiefer gehen. Ich kann das voll nachvollziehen, dass wenn man sich manchmal danach fühlt, dass es einfach so ist. Was ich aber interessant fand war noch, du hast mal irgendwo gesagt, dass du noch nie besoffen geschrieben hast und dass es auf deiner To-Do-Liste steht. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Glaubst du, dass dann irgendwas rauskommt, was besser ist? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man sich besoffen Notizen macht, dann schaut man die am nächsten Tag an und denkt sich... Man denkt, es war gar nicht so cool, wie ich es gestern auf drei Weinen fand. Genau, oder man kann es nicht mal mehr identifizieren, was man noch so irgendwie für Texte da reingeknallt hat. Ja, ich möchte es unbedingt noch trotzdem einmal machen, weil ich möchte gucken, wie hart ich mich noch selber so einschränke, indem ich mich oft nicht traue, etwas aufzuschreiben, was potenziell eine nice Idee hätte sein können. Und ich glaube, dass diese Hemmung oder dieses harte Schwert ein bisschen wegfällt, wenn man was trinkt. Deswegen will ich es einfach nur einmal so wissen, ob dann vielleicht so Ideen noch mit aufs Blatt kommen, die sonst nicht mit drauf gekommen wären, weil ich sie verworfen hätte, obwohl sie vielleicht eigentlich etwas weiteres hätten auslösen können. Aber noch kann ich das nicht einschätzen. Vor allem in welchem Zusammenhang macht man das dann? Also geht man irgendwie auf eine einsame Hütte und ist da? Oder setzt man sich mit einem Producer zusammen? Ich würde, genau wie ich auch das erste Album geschrieben habe, also Tagesrhythmus war wie folgt. Ich gehe morgens, du bist dran. Wir arbeiten den ganzen Tag, bis wir nicht mehr können. Dann fahre ich nach Hause und ess irgendwie was mit deinen Eltern oder mach noch irgendwas. Und dann ab 22 Uhr bis 3 Uhr sperre ich mich nochmal mein Badezimmer ein in ungefähr so einer Haltung. Okay, ja. Und schreib noch. Und ich glaube, da würde ich was trinken. Dann ab 22 Uhr, wenn der Tag vorbei ist. Also nicht noch irgendwo anders hinfahren oder so, dann wäre es mit zu viel Druck vielleicht. Aber ja, mal gucken. Krass, hey, das sind voll die tiefen Einblicke, die du gerade gibst und so. Oh nein, habe ich zu viel gesagt? Weiß ich nicht. Nein, nein. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ich finde, man kann damit oder ich finde, man sollte damit einfach auch offener umgehen, dass es Tage gibt, an denen es einem manchmal einfach nicht gut geht. So, ich weiß nicht, kennst du den Danke-Gut-Podcast zufällig? Äh. Von Miriam und den Nachnamen kann ich leider gerade nicht auswendig aussprechen. Das ist eine Journalistin aus Berlin, glaube ich. Cashmiri. Cashmiri. Ja, Cashmiri. Doch, genau Cashmiri ist es. Doch, aber ich habe ihn leider noch nicht reingehört, aber es steht auf meiner Liste seitdem Kurt Krömer, eigentlich schon lange davor. Ja, das ist vielleicht die krasseste Folge, die ich jemals gehört habe. Was der Therapeut sagte oder die Therapeutin, sie haben einfach einen scheiß Tag. Ja. Also, dass man da lernt, ist das jetzt ein Rückfall? Bin ich depressiv oder ist das einfach ein scheiß Tag heute? Ich will die unbedingt hören. Mein Problem ist, ich habe immer Angst, mich auf neue Podcasts einzulassen. Ja. Weil ich möchte die Leute mögen, aber ich habe immer Angst, dass mich die Stimme dann doch irgendwie raushaut. Aber der steht auf jeden Fall wahrscheinlich auf Nummer 1 meiner Podcast-Listen. Ich sag dir, wird bei dem Podcast nicht passieren. Also glaube ich wirklich nicht. Okay. Und wie ich jetzt darauf gekommen bin, also Miri hat in einem Podcast ihm erzählt, sie hatte Jessen zu Gast und hat gesagt so, hey, als wir uns das erste Mal gesehen haben und ich dich interviewt habe, mir ging es echt nicht gut einfach so. Und ich hätte dir das so, so gerne gesagt, damit du einschätzen kannst quasi, dass das nicht meine normale Arbeitsweise ist oder so. Und das fand ich auch so ein sehr, sehr interessantes Gespräch, dass man ihm einfach sagen kann, hey, es gibt eben einfach diese Tage, wo ich, keine Ahnung, vielleicht auch keinen Bock habe zu arbeiten, wo ich vielleicht mich einfach verkriechen möchte oder so. Und sie entstigmatisiert es halt komplett. Ist auf einem super Weg. Deswegen voll, voll interessant. Und ich will da auch gar nicht so viel jetzt weiter drauf eingehen. So, ja. Danke, Miri. Was ich bei dir, was mir bei dir noch so ein bisschen aufgefallen ist, so, das meine ich jetzt gar nicht negativ, ist noch ein kleiner Schluck drin, haben wir noch ein bisschen? Oder der Barbesitzer kommt gleich und schmeißt uns raus. So, du bist wahnsinnig höflich. So, du bist gefühlt so everyone's darling. So, man kriegt nichts negatives mit von dir. Gibt es so Momente, wo du so einen inneren Monk hast oder so irgendwie innerlich dich über irgendwas aufregen würdest oder so? Ich glaube, das ist voll mein People-Pleaser-Syndrom. Mhm. Ähm. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt weinen will. Ähm. Also dieses Höfliche, darauf bin ich eigentlich stolz, weil ich versuche zu jedem höflich zu sein und so. Aber ich glaube, everyone's darling bin ich nicht mehr. Mhm. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, irgendwann kann man es nicht mehr allen recht machen, auch wenn man es auf Teufel komm raus versucht. Ähm. Aber ja. Mal gucken. Muss man es überhaupt allen recht machen? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch vorher etwas, was ich versuche. Oder ich glaube, also ich habe es schon immer weiter so. Ich glaube, dieses Jahr ist schon sehr viel anders als so vor zwei Jahren. Ähm. Weil ich oft das Gefühl hatte, wenn jemand auch zu Unrecht irgendwie etwas einem ankreidet oder angefressen ist auf irgendwas, habe ich ein ganz tolles Gefühl von, entweder ich denke, oh mein Gott, das ist ungerecht oder so, oder ich versuche es mit doppelter Höflichkeit auszugleichen, was natürlich das Dünnste ist eigentlich. Ja. Ähm. Und das, ich glaube, ich finde so langsam meinen Frieden damit, dass es, ähm, dass auch auch manchmal Leute einen mögen, äh, nicht mögen, ohne dass man was dafür kann und dass sich auch Dinge spreaden oder so oder es Gründe gibt, auf die man keinen Einfluss hat. Aber das ist irgendwie auch nicht meine Aufgabe. Es ist allen recht zu machen. Genauso wie es auch nicht die Aufgabe von anderen Leuten ist, es mir recht zu machen. Ja. Das war eine der ersten Sachen, glaube ich, die bei meinem Bewerbungsgespräch bei das Ding gefragt worden sind, äh, wie ich damit umgehe, wenn andere mich nicht mögen. Direkt rein. Und ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht davor. Ja, gefühlt schon, weil, wie du gesagt hast, man möchte es ja irgendwie allen recht machen. Man möchte irgendwie nicht so, dass jemand denkt, was ist das für ein komischer Weird oder so. Und dann habe ich daran gedacht, es gibt eine Folge von Disneys Große Pause. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch. Doch. Es ist, ähm, vor allem ist ein Foto davon oder so ein Screenshot davon, ähm, ein Playlist Cover von einer der besten Playlisten von einem Kumpel von mir. Ja. Banger der 2000er, glaube ich. 2010er ist ein Hollister-Ding. Ja, geil. Dann haben wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben eine super Playlist. Banger der 2000er. Ja. Christoph pflegt diese Playlisten echt richtig gut. Shoutout an ihn. Ja. Ich glaube, er hat 80er, 90er, 2000er und 2010er. Klingt super. Wirklich. Da kann man sich tot suchen. Ja. Und in dieser Folge erklärt der eine eben auch, will es allen recht machen und es funktioniert nicht. Oder am Ende sagt er halt sich, okay, dann ist es halt so. Ich habe so meinen Kreis. Bei denen ist es mir wichtig, dass ich für die da sein kann und die mich richtig einschätzen und alle anderen. So, ich habe keinen Einfluss darauf. Und das habe ich dann auch tatsächlich geantwortet, weil das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Hey, ich habe Disney zitiert. Und die haben es nicht gemerkt. Ich habe den Drop bekommen. Hey Paula. Ich sage vielen, vielen Dank für das sehr, sehr offene und ehrliche Interview. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Sonst hätte ich auch nicht so offen gesprochen. Es freut mich sehr. Have fun bei deinem Konzert nachher. Danke. Ich bin ganz aufgeregt. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber ich glaube, es wird alles gut. Es ist vor allem auch so krass, weil so viele krasse Künstler heute da sind und alle sich die ganze Zeit so sagen, wir freuen uns so und wir freuen uns da und ich gucke ja auch bei den anderen. Aber gefühlt habe ich so noch mehr Angst, so die zu enttäuschen, weil das alles so krasse Live-Acts sind. Ja. Es ist so super familiär, wirkt einfach alles, finde ich. Voll. Das ist auch eine richtig nette Zusammenstellung hier an Leuten. Ja. Ja. Also du machst das, hey. Ich freue mich sehr auf das Konzert. Bin sehr gespannt. Jetzt machst du auch noch Druck. Nee, ich mache keinen Druck. Mein People-Pleaser. Ich mache keinen Druck. Mich musst du nicht mehr beeindrucken. Nein. Alles gut. Das hast du mit dem Song mit Lufe47 gemacht. Das ist ein Wahnsinns-Track. Also eure Kombination an Stimmen ist Hammer. Wirklich geil. Ja, auch eine sehr große Mausi. Leute, abonniert den Kanal, lasst uns gerne einen Kommentar da. Eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr müsst uns nichts beweisen. Ihr habt es jetzt ja mitbekommen. Eigentlich schön. Nicht so den Everyone's Pleaser machen. Alles, was ihr schreibt. Die netten Sachen kommen an. Die negativen, die einfach hier rüber.